Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Redwood mit Myriss Edge. Es tut mir leid, dass letzte Woche und die Woche Dienstag nichts gekommen ist, aber ich war zwei Wochen im Urlaub und hatte mich ein wenig verplant. Und jener Mann kommt zu mir, ja, dann erzähle ich halt beim Laufen. Ja, hatte ich mich ein bisschen verplant. Warum läuft Myriss Edge wieder? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe das Spiel neu installiert und ja, jetzt geht es und ich, ja, es geht jedenfalls wieder. Das freut mich sehr, weil ich es neu installiert hatte und ja, vielleicht konnte ich jemandem helfen, der genau das gleiche Problem hat wie ich, aber, lol, ja, Rückenflug, huuuh. Ähm, ja, freut mich, wenn ich dir helfen konnte, aber es geht wieder, endlich. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht gehabt, dass ich das gar nicht mehr gepacken bekomme, weil ich habe im Internet gesucht, keiner hatte wirklich dieses Problem, sondern immer nur Startprobleme irgendwie. Und ich hatte alles aktuell gehabt und warum will der jetzt diesen Sprung nicht machen? Ach ja, ich bin aus der Übung. Stark aus der Übung. Gibt's doch nicht. Dann springen wir halt, so wollte ich sagen, aber es geht auch wieder nicht. Ach, Mann. Ach, ffff, mhm. Verdammt, scheiße. So, ach ja, ähm, ich höre mich ein wenig anders an, aber das ist nur der Schnupfen, den ich durch den Urlaub bekommen habe. Ja, krank machen kann ich schon wieder nicht, deswegen beiß ich durch und hey, ich fall schon wieder runter. Ja, grrrr, es gibt's doch einfach nicht einen scheiß Tag heute, einfach. Minecraft-Aufnahme hat heute nicht geklappt, dann, was hat nicht noch geklappt und schon wieder derselbe Fehler, ähm, was hat nicht geklappt, Magiker hat nicht geklappt und, 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 und. So ein Kotzen, ja, ich weiß, irgendwie nicht unser Tag heute, habe ich so das Gefühl. Ja, komm, dann lauf mal halt so hier und du hältst dich schön fest, genau. Oh, dein Glück, dass du dich jetzt festgehalten hast. Dann hätte ich ja wieder von der vorne abbeginn müssen. Hey, guck mal, wir sind schon weiter, da waren wir noch nie. Verdammt. Ähm, ja, einmal wieder hier rüber. Dann, ja, springen wir mal so hier. Hier hoch. Ah, hey, tricky Sprung. What the fuck? Loot, eigentlich muss... Nein, 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 nein. Wieso? Wieso? Das kann nicht einfach nur ich sein. Ach, verdammte Scheiße. Ja, dann machen wir den. Man braucht doch gar nicht die Latte, oder? Loot, wo müssen wir jetzt hin? Zack. Ähm, einmal zack, oder wie? Zack, bam. Hä? Mach kaputt. Ne, kaputt machen wir nicht. Ne, weiß ich den nicht. Loot. Mal eine Glasscheibe, die ich nicht kaputt machen kann. Na, dann... Rennen wir halt hierher. Ne. Dann rennen wir halt wieder zurück. Muss ich überhaupt auf dieses scheiß Dach hier? Ah, ja. Da ist eine rote Tür. Hey, du solltest die aufmachen. Zack. So, einmal zack, zack, zack. Einmal hier hoch. Zack. Jetzt darf man hier einmal kriechen. Oh, wie ich kriechen hasse. Das dauert irgendwas, oder? Oh, oh. Oh, oh. Hauptsache, die Polizei kommt nicht. Ich verstehe gar nichts. Ich habe alle Nachrichten, die ich brauche, dass ich nicht rauchen darf. Mhm. Dann machen wir das so hier, oder? Lol, alter. Um sowas zu wissen, musst du das Spiel ja echt öfters durchzuhaben, um das... Oh, der wird geladen. Verdammte Scheiße. Das ist ja nämlich auch noch nicht... Ah. Leu, ja, ich kann nicht durch Türen gehen, wäre jetzt viel zu auffällig. Aber in so einem Schacht, wo man richtig verdammt scheiße laut ist, ist es nicht auffällig, ne? Guck mal. Bam, bumm. So. Ah. Da ist er. Da ist er. Was ist er. Da ist er. Zeit bringen um. Wetten, wir bringen ihn nicht um und treffen uns morgen. Nee, du hörst dich nicht von alleine. So, bam, 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 boom, bam, kaboom, bam, bam. Ja, dreh dich um, dreh dich um. Och, warum immer Cops, ey? Ich hasse doch Cops. Hä? Na? Da läuft Wasser runter, das sehe ich ja jetzt erst. Verdammte Scheiße, wo kommt... Nein, 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 nein. Aua! Oh, das tut ja richtig in den Ohren weh. Nein, komm. Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. Nein, ihr tötet mich nicht. Nein. Ihr bringt mich auch nicht heute um. Hm, nein. Oh, Alter, die schießen genau hinter mir, habe ich so das Gefühl. Lol, Alter, ich muss doch, ich muss keinen Fahrstuhl fahren. Ich darf keinen Fahrstuhl fahren, nein. Also ohne Bullen war mir das hier alles sympathischer, weil ich da wusste, wo ich hin muss. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss. Ah, am Arsch, was soll denn das? Ich habe nicht mehr eine Frage, um mich zu wehren. Achtung, die Bullen sind unterwegs und du musst hier raus. Am Arsch, wie muss ich denn hier raus? Die Wände sind, denke ich mal, einfach nur rot, oder? Hey, das war ein Bug? Das war ein Bug. Ich muss hier hoch. Ansonsten sind die sicher nicht rot. Ich glaube auch, ich weiß wie. Ach, ja klar. Ich bin ein Idiot, oder? Hä? Ach nee, jetzt sind die auch noch hier drinnen. Ich bin, ich weiß nicht, das ist kein Stück. Ich bin ein Stück hasch. Das ist das der größte Stück. Dann müssen sie realistisch für uns. Das war ein Stück. Ich bin ein Stück. Ich bin ein Stück. Ich bin ein Stück. wissen stattfind nummer eins na alles klar hatte 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 ich kann mich nicht schwingen das geht nicht jetzt geht's doch wunderbar am arsch alle hier lang oder verdammt in die hof barm 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 wo alle wie es den gezeigt habe nur gigantisch hey mehr auch die tüte nein orange nach raum felix weiß wieder nicht mal wo er hin muss am arsch alter am arsch ja genau ich glaube in die falsche richtung dem bull hello déjà vu hier oben waren wir ach so alles klar wieso bin ich jetzt wieder hier unten ach alles klar also 60 cm vor dem computer leute doch ja klar ich wollte das ganz anders machen da drüben ist die rote tür da drüben ist die rote tür ja klar und ich fahre hier wieder runter boah es war gerade alles verschwommen oder ja klar der heli ist auch schon da irgendwo schlägt einer gegen die tür leute mich haben sie getroffen mich treiben sie nicht wow ganz ruhig brauner mit mir kann man verhandeln ganz ruhig brauner mit mir kann man wirklich verhandeln verdammt oh jetzt hat es hier oh mein herz gut wir müssen da lang bestimmt da lang ja genau das ist aber nicht netten mädchen abzuschießen leute das ist gar nicht lieb oh lasst mich rein lasst mich rein lasst mich rein boah erst mal sicher vor den scheiß idioten die auf dem frau zielen nach eh ne da ja klar warum können wir nur nicht nach unten gucken tja leider blöd seid lol ich soll aufs dach weil ich staatsfeind nummer eins bin und gehe in keller bringt bringt ja gut dass sie mich verloren haben das ist doch schon mal schön level wird